Es ist gut, wenn gleich jemand Dias holen könnte, ne? Ja, Dia-Upgrade musst du erst noch warten, bis das aktiviert ist. Ich glaube, die ersten fünf Minuten. Sechs Minuten. Oh, Team Rot? Ja, nice. Oh, bis hier drin ist so dunkel, das ist ja total verwend. Ich hole mir auf jeden Fall fürs erste Mal ein Eisen-Upgrade auf die Rüstung. Oh, geil, ich kann mir einen Bogen leisten, das brauche ich noch Gold für Pfeile. Aber erst mal das Upgrade. Und immer dran denken, einen Scheiß in die Kisten packen. Weil, wenn man stirbt und irgendwie Gold dabei hat, dann ist das sonst weg. Und das ist schade. Ja. Ich hab noch Blöcke kaufen gewonnen. Blöcki, blöcki, blöcki. Ich neke mich schon mal zu dem Gelb rüber. Die sind schon in der Mitte. Ja, ich weiß, deshalb geh ich ja hinten lang. Da ist einer einfach so runtergefallen. Sonst muss ich die geheimen Bad Wars Tricks von Herr Bergmann abwenden. Und die sind? Wenn du nah am Gegner bist, baust du dich erstmal so hoch, dass er nicht gleich deinen Weg benutzen kann selber. Also so das gleich, was die anderen bei uns gemacht haben. Ach so. Dann musst du dich zwar jedes Mal wieder hochbauen, wenn du dran bist, aber der Gegner muss das auch. Okay, jetzt hab ich keine Blockies mehr. Das ist jetzt du. Au. Ich hab mir mal Videos angeguckt, die mit dem Fastbauen hier so schnell, ne? Alter. Ja, das immer wieder Shift, kurz, bam und dann sowas. Ich kann das nicht. Juhu, Dias. Oh, fünf Stück. Ja, nice. Bist du in der Mitte? Ja, ich hab da rüber gebaut, grad hier in die Mitte. Ja, hol die Team Upgrades. Was sind Team Upgrades? Ne Upgrades, das für die ganze Team zählt. Die holen sich alle Emirates. Keine Ahnung warum, aber... Sind Emirates... Da drüben... Wo bin ich dir denn? Da wo ich hingehe, Spondias... Ach du lese auch darüber? Also ich geh... Ach du bist auf der anderen Seite drüben. Ja, weil die Gelben sich da schon drüben hier gebaut hatten. Ja, ich weiß, aber die haben sich so nicht hingebaut, dass ich durchrennen könnte. Ja, da läufst du wieder weg. Er rennt auf mich zu, ich schieß einmal mit dem Bogen und dann rennt er wieder weg. Ich dachte, es ist da einer. Ich weiß es nicht, ja. Wir könnten versuchen, deren Bett abzubauen, ich glaub, die haben noch nicht mal Bögen. Ich hab jetzt einen Bogen. Und ich bin hier gerade wunderschön. Aber ich hab noch keine Pfeile. Ich hab einen Healpool gekauft, das heilt uns jetzt hier, wenn wir hier bei uns sind. Okay. Wisst ihr, was doof war? Was? Dass ich mir keine Waffe gekauft habe. Scheiße. Oh, ich hab mir nur einen Bogen gekauft und keine normale Waffe. Und jetzt hätte ich irgendwie zwei, drei Dias gehabt, weil ich da nicht mehr campen konnte. Nein. Ich hab auch eine Falle gekauft irgendwie, diese Trap. Die, wenn jetzt hier jemand kommt, der wird für fünf Sekunden blind. Nice. Das grüne Team ist schon ausgeschaltet. Aber ich glaub, wenn die Zahl da ist und kein Haken mehr, dann äh... Bedeutet das, dass sie kein Bett mehr haben. Schade. Kann man hart, ey. Ich weiß ja nicht, ob das so sein muss, dass das Bett so zugebaut ist, aber... Gut, wenn's zugebaut ist, hm. Aber wir müssten uns noch ne Picke machen. Wer hast denn ne Picke? Oh, ich hab grad noch so eine Wechsel. Ja, stimmt. Ich hab ja einer. Ups. Jetzt wollte ich behalten. Ah. Wer hat jetzt hier Schaden bekommen? Ich. Achso. Ich bin auf den Rotor geflogen. Weil du zu hoch gebaut hast. Ähm, auf die einen Seite sind die... Beide Seiten sind Dias. Ja. Sind die Emeralds besser? Sind die Emeralds besser? Ja. Und wieso bauen wir uns nicht zur Meta? Weil da alle haben... Kann man denn auch hingehen? Oh, gleich komm... Äh, der... Diamant-Ding droppt jetzt dann auch Emeralds. Ah, da drüben? Hier auf der Seite auf den kleinen Inseln. Also darf der auch? Auf jeder kleinen Insel. Ich hab Angst. Wieso denn? Du kannst sterben, das passiert nix. Also das gelbe Team ist noch einer drin und dann sind die wir nur noch gegen blau. Hab fünf Dias. Das typische Rot-Blau-Duell. Wie wir's kennen von früher. Oh, ich kann sogar da bisschen da rüberschießen. Was auch noch cool wär Obsidien, ne? Oben drauf bauen. Wie viel braucht Obsidien? Vier Emeralds sind vier Obsidien. Achso. Wie lange geht's noch bis Emeralds droppen? Äh, sie ist ein Timer recht. Nach fünf Minuten. Ich hab sechs Dias. Aber ich bleibe ein bisschen hier, weil bis jetzt kommt ja niemand hierher. Mhm. Ich frage mich, wo der gelbe sich auffällt. Ah, der ist auch schon tot in der Zwischenzeit. Ja, der hat irgendwie nur noch Wirking blau. Da wär's vielleicht eine Zeit, sich in die Mitte zu bauen. Ja. Äh, kannst du mal gucken, dass ich hier nicht weggesnipet werde? Vorsicht, der blaue da hinten, der guckt schon so. Ich hab acht Dias. Vorsicht, zwei blaue in die Mitte. Ich hab den, oh geil, ich hab den einen runtergeschossen. Ich hab noch keine einzigen Killers, total peinlich. Ich hab sie jetzt glaube ich erst einen. ok wir wären so weit dass wir rüber kommen würden aber allein ist das gab es ein bisschen durch da müsste ich ja fast wieder zurückkommen nicht dass jemand bei der insel ist hat er mein habspaktgangs mangel rum oh die haben schon äh dings voll ähm äh äh dings think about ah obsidian ja wow hat der hier hin geschossen ich hau ab also ich hätte eine diamant picke jetzt mal in die chest gelegt wenn wir dann mal angreifen wollten die haben explodierende pfeile es kann nur besser werden ja wir sind wieder mal das zweitletzte team ist also kann ich rüber oder es bleibt mich hier gleich einer weg weil ich habe 13 dias dabei kann ich höre nicht sagen so wir haben jetzt alle hast 1 auf der links hier und die spawnrate von gold und iron wurde jetzt 50 prozent erhöht so weit wie ich das gesehen habe ich weiß was wollen wir mit ihr es machen das braucht man was wird schon nichts falsches dabei sein ja das kannst du nur brauchen für die team upgrades so nicht erschrecken ja nicht erschrecken jetzt ich habe extra eine treppe hoch gebaut und dann solltest aber hier haben sie auch mal sehen äh man kann zum ofen bauen äh ja spawnrat of iron and gold bei 100 prozent kann ich zum ofen nehmen ich würde fast entweder reinforced armor oder sharknitz wars nehmen das fiese ist die typen rennen die ganze zeit in die mitte und farmen die emeralds also ich habe 13 dias dann nehmen amour amour habt ihr euch eigentlich schon eine rüstung gekauft oder läuft die immer noch mit dem standard zurück ich habe keine rüstung ich glaube immer noch mit standard rum ich auch das coole ist eine rüstung und du kaufst dies permanent und wo kann man die und wo kann man die in meinem shop ja aber ah du kannst zuerst nur füße und dann nee das ist das ganze dann ist das nur das symbol ich überlege mir in die mitte zu rennen ich bin grad in der mitte dann komm ich auch ich habe es mal einfach mal so gedacht könnt ihr jetzt was dummes versuchen einfach mal in dm base rennen ja vielleicht schaffst du es ja hat mich noch nicht gesehen fuck jetzt hat er mich sicher gesehen ja scheiße alter bis du durch den scheiß dings durchkommst durch diese obsidian da vergehen jahre ja ich glaube noch so ein emerald oh ob sie den aber trocken das haben aber die beine rein die berger aus dem nee das ist hose und beine hose und beine ja bekommst du da wenn du das anklickst hose und füße ja also vier emerald brauchen wir für vier obsidian ich hätte mir die effizienz spitzacke mitnehmen sollen ja aber vielleicht was dann wäre ich durchgekommen so ich habe jetzt vier stück also könnten wir vier obsidian naja bringt nicht viel und was hast du jetzt mit dem gold gekauft ein besseres schwert ein besseres schwert ein besseres schwert boah schwerf weil mit dir nichts bringt wenn ich in den nahkampf gehe ach so äh hättest du meine schwert nehmen können mit sharpness oder er zählt das für alle ach so blöcke mitnehmen wäre vielleicht auch noch nie gewesen aber scheißegal ich habe nochmal emerald reingeschwissen da ich versuch's mal wieder ich habe mir grad so einen unsichtbarkeitstrank geholt mal gucken oh ne der kommt schon alle die haben voldier verpiss das bei ihrer base bei unter nein bei ihrer base ach so also so ein pisser ich habe gerade versucht den anderen wegzusnipen und genau in dem moment fange ich einen pfeil in die seite rein oh ja oh äh pfeile sind zwei quote oh der dreckarsch zum scheiß bogen ey ach wie sind denn noch wir beiden ja hab ich ja gesagt ja dann sollen wir die mal wollen wir mal nicht langsam platt machen ja hast du dir einen Equip angeschaut und unser Equip angeschaut aber klar lass mal die wissen halt wie es geht ja wir hätten vielleicht doch ab und zu mal in die Mitte gehen sollen ja das ist zu wenig gold oder ja ja von mir aus kann man gehen ja ne wir brauchen noch eine bessere Spitzachse sonst kommen wir da nie durch dann ja ja sonst kommen wir da nie durch das Obsidian durch äh mit emerald weil sie sonst nicht eine bessere Spitzhacke nehmen du kannst ja keine Spitzhacke mit emerald kaufen ok ja wer weiß vielleicht nicht so ja 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 also ich wäre dann soweit ne ja du kannst jetzt alleine rein oder wie klappt es nicht ja mal gucken wie du da durch kommst ja aber momentan hat sich noch keiner bemerkt pss jetzt kommt da einer rein, snipe ihn weg ja wie soll ich ihn da weg snipen da kommt noch mal einer von der Seite hinter dir, hinter dir ah scheiße oh joo soll gleich nochmal angreifen ich bin in der Falle ich bin in der Falle nein, ich hab dir gute Pickaxe ich will nicht sterben wieso hast du bei uns einen Eisen Golem den hab ich da hingestellt hm die haben null Peilung weil die ganze Zeit nur rumlaufen und irgendwelche Sachen rumlaufen aber nächstes mal hättest äh nimmst du die gute Picke mit weil du da schneller dran bist als ich kostet glaube ich 12 Gold soll ich die sonst ablenken das wär ne Idee ja weil ich mein ich treff ja eh nicht ich werfe einfach rein oh die bauen ihren Scheiß noch mehr zu glaub ich ah ne sie haben selbst wieder das zugebracht bis sie aufgemacht haben also wie soll ich sie am besten ablenken da hab ich irgendwie wieder drauf gehen äh soll ich ein Schwert habt ihr ein lowest Schwert oder warte mal meistens ist ja ein Steinschwert meistens ist ja ein Steinschwert ja stimmt das ja meistens ist ja ein Steinschwert ich hab mir jetzt mal so ne so ne Dings geholt so ne Dias Spitzhacke ja ich brauche jetzt äh ja ich brauche jetzt äh äh ich brauche jetzt äh ich brauche jetzt äh ich brauche jetzt auch schon in der Mitte ich brauche mich sonst auch die ich brauche mich sonst auch äh gehst du in die Mitte gehst du von der Mitte her dann soll ich äh da rüber zu den Dias nur so zu eben vor da drüben sparen jetzt auch emerald bett ist kaputt was ja ich hab das bett kaputt gemacht einer ist tot habe ich auch es ist ja gerade ungläubig dorthin geguckt um als ein bett stand ich sag doch die passen die haben nicht aufgepasst so jetzt aber drauf da die einfach trug machen aber noch einer ok jetzt müssen wir aber auch daran denken dass der sich unsere base schleichen könnte frage ich so versteckt sich denn der junge oder versteckt er sich in deren eigenen basic jetzt warum die gestern die auch nach oben gelaufen sind im zweiten stopp da oben sagen so ein emerald spanner ok gut zu ist ich glaube ich habe ihn gefunden er ist bei grün das neigt mich so was benötigt oder auch nicht aber ich habe was geäußert habe mich weggefallen außer er ist da wo grün base ist das ist eher kontraproduktiv kein hast du ein eisenschwert gar nichts der typ hatten die erschwert sie hatten alle die erschwert sagen nein nicht ganz erschwert ich komme jetzt ab mit dem eisenschwert drauf scheiß egal ich glaube man hielt auch außerhalb außerhalb der base gar nichts achte jetzt schon wieder in seiner base drin ich habe mich getan und behalten jetzt einfach im auge willst du einen bogen micha warte mal hier machen wir das einfacher ja komm mal ran ja komm guck guck fuck fuck nein scheiß ich habe gehofft ich hätte genug knockback um ihn rauszuschmeißen ich habe gecheckt dass ich mich da absteckt habe wo mein lebend war der doofe peter schade okay hat nicht funktioniert wir sollten doch mal zusammen da hingehen ich meine wenn der da allein ist kann er auch nirgendwohin schieß mich nicht runter bitte schieß mich nicht runter um weil ich komme auch ja ich warte hätte gerne auch ein oben da einfach drauf jetzt und ich bin jetzt in der Mitte ich bin in der Mitte ich bin auch in der Mitte ja äh sie ist da und äh schießt er von uns warte noch auf rexin äh ja soll ich jetzt auch überkommen ja ich bin nur noch einer ja komm gleich ja ich habe das Zeug da rein wenn er unterwegs der junge Paderwan hat nicht so viel Geduld nee ich habe nicht so viel Geduld ich möchte endlich dass er stirbt ey ups der schießt auf mich mit seinem Boden also äh in seiner Base ich versuch's mal von der anderen Seite her dann kannst du von da kommen und ich komme von drüben wow er wird am Zeugs in die Luft jagen da der Junge das erschießt so Explosionszeug ähm kommst du von da dann lenke ich den ab ne der hat mich runter aber das ist der Moment wo du drauf gehen kannst und ihn töten kannst nein ich bin unten hä aha zwei eins wie ich bohren hallo der Typ geht mir auf den Sack die Folge ist jetzt schon doppelt so lang wie die also die Runde ist jetzt schon doppelt so lang wie die letzte ja ja und jetzt sprengt er in unsere Richtung hier der will unser Bett weg sprengen von da drüben geht das? äh ja wenn er immer überschießt das wuss ich schon nicht kann er, macht er denn ein Loch wenn er da reinschießt? ja ja dann baue ich halt die ganze Zeit wieder zu hallo aber wieso kann er mit zurückschießen? piu 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 ja warte mal müssen wir jetzt irgendwie angreifen das ist jetzt wirklich das beste macht uns jetzt das Zeug kaputt ich geh von hinten rum von Team Gelb hm 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 ok fahr damit hm 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 oh hm 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 ja und